ja die ender quarry wie war das wir am 17 haben wir 1,7 netherstein oder netherbrix nein noch nicht 2,7 millionen blöcke wurden jetzt kennt und da sind die die luftblöcke mit drin schade dass das wasser in meinen kraft nicht wirklich in irgendeine richtung fließt weil es dann werden jetzt die hühnchen wirklich ein problem von jemand anders wir müssen jetzt auch mal nachgucken was du genau gemacht hast ja im fluss schwimmen sie jetzt rum das problem anderer leute was mit hexterei oh ja 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 ich habe einen harten fehler gemacht ich habe einen harten fehler begann der da wäre ich habe einen zombie pikman geschlagen ja und ich war vorhin noch tot aber dann sind ja alle pikmans auf alle spieler irgendwie nicht nur auf dich oder nein soweit ich weiß nur auf mich hier war ein fechtes klang als ob es gepupst hätte soweit ff ach zu schweine äh wenn sie dann wo bin im neta grad belagert also da ich sehe es ich sehe es hühnchen ich mache sie weg ich bleibe hier im neta gerade belagert ich brauche ein bisschen ich bin hier weg ist das freaky der springt jetzt außerhalb des käfigs wer war es war noch nie ein golem in dem käfig in seinem magic dingsbums da wasser um sein ach so das meinst du es ist so wieder drin oder war gerade draußen vielleicht hat er sich gepackt verbuggt da ist eine ria ja ich wollte mir das soundpack jetzt ein netter mal anhören na scheiße sagt man nicht davon geht die bildung im arsch von die scheiß eier oder von die paranüsse ich habe schon wieder eier im inventar verdammt meine schuhe sind weg kaputt gegangen? egal darf ich mir neue herstellen vermutlich verzauber ja musst du regelmäßig reparieren hier sind überall hühner das ist so ich glaube eier werfen ist ab jetzt verboten das ist alles verla ah du bist doch echt kannst du mich mal vorwarn äh das war jetzt ein bisschen viel er wollte dass die hühner sterben in die freilaufenden genügend eier haben wir noch da bin ich mir sicher und vanni ja nethergeräusche sind freaky die werde ich dir ab jetzt künftig im teamspeak immer vorsingen das weißt du schon wie hören sie sich an i see you i'm gonna find you so ungefähr nur ein bisschen gruseliger und nicht so dämlich hehehe kreis 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 Wenn wir bei Horrorfilmen sind, hat jemand schon die Armee der Finsternis Serie gesehen? Ja, Armee der Finsternis, den ersten auf jeden Fall. Nein, 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 ich meine jetzt nicht Films, sondern ist eine Serie rausgekommen. Ach schon, ne, die kenne ich nicht. Was mache ich jetzt mit den 1000 Eiern für die Minimis? Ja, jedes Mal, wenn wir uns einen Gast einladen, vielleicht laden wir uns ja mal einen Gast ein, der muss einen Minimis erstellen. So von wegen, weil er da war. Für die Streams und so Gäste, meinst du? Ne, weiß nicht. Oder zumindest jemand, der jetzt ein bisschen mehr spielt, keine Ahnung. Kann ja nicht jeder rein. Kann ich das Goldeneck da drin... Oder gehen sie... Ne, ne, tu's woanders. Da geht ja... Da fliegen ja Blöcke hoch. Ich glaube, das ist dem scheißegal, welche Blöcke. Ich habe ja ein... Ich habe ja ein Netz dabei noch, wenn es ist. Wenn es mir die Löcher hier wieder... Ich habe keine Erde. Ich paare mal Schafe. Du feierst Schafe. Ich paare Schafe. Ach, du paarest Schafe, ich fahre mal... Egal. Es hat keinen Sinn gegeben, was ich verständnis fand. So, dreimal drauf gehauen und fast ein Stick Erde. Passt. Was macht sie jetzt für ein Mini-Meh? Ja, ich weiß, meine Lache ist unbezahlbar. Ach, ha. Herr, wieso sind da jetzt keine Blöcke geflogen? Ah ne, das kommt erst nachher, ne? Ich wollte gerade zeigen, das kommt erst noch. Ich würde gerne wissen, ob man sich da drauf stellen kann. Versuch's doch. Nee. Lass mich laden lassen. Lass mich laden lassen, dass er eben versucht. Ja. Warum nimmt der so viel hin? Irgendwie wird der Kreis gerade relativ extrem groß. Also, ähm... Was hast du dir da für ein Ei gezüchtet? Äh... Was zum... Das hört nimmer auf. Was zum Fake? Oh, das hat nen Headcrab, das will ich haben. Was hat das? Na Headcrab. Das heißt? Aus Half-Life. Das heißt? Diese komischen Viecher, die sich auf den Kopf festsetzen und du dann zum Zombie wirst. Oh ne, das ist doch nur ein Facehugger aus, äh... Alien. Dead Space. Ach so, der ist... Leute, der Server leckt die Sau. Was macht ihr? Die Hühner sind tot. Okay, da sind noch mehr Hühner. Ich baue Glöcke teilweise dreimal ab. Ja, ich dachte mir auch grad, irgendwas stimmt nicht. Also, ähm... Das Ei hat jetzt auch ewig lang gebraucht, also das war seltsam. Also, an den Hühnern kannst du jetzt schon nicht mehr liegen. Ne, ne. Hab welche getötet wieder. Möchtest du ihn freilaufend lassen, oder? Nein, wirklich getötet. Ich musste erst das... Ich musste erst das Safari... Ich musste das Safari-Netz erst rausholen. Oh, guck mal! Das... Das Hörnchen Minimi schmust mit dem Ravenor Minimi. Das ist aber ein Depp. 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 Könnten das die Minimis sein, die hier so lecken? Eigentlich nicht. Ne. Ich hab grad noch mal ein Ei gepflanzt. Und ich nehm an, dass das das Problem ist. Aber jetzt soll's eigentlich... Einmal restarten, dann soll's auch vorbei sein. Hattest du hier nicht noch ein Minimi bei Rhea in der Buda? Hm? Bitte? Hattest du nicht noch ein Minimi bei Rhea in der Buda? Mhm. Ne, ich glaub das... Weil die sind ja auch nicht anders wie die Villager. Machst du auch überhaupt eine Breite? Komm, Hörnchen. Das sieht so verrückt aus. Ja, komm Hörnchen auch noch, dann kann ich ein Screenshot machen. Gucken wir mal ein bisschen... Wohin gucken? Ach da. Du musstest ja auch den größten Hut anziehen, oder Nils? Ja. Warte mal, wieso hab ich meine Katze nicht auf? Kannst du mich nochmal einen Screenshot machen, oder? Mit Katze. Ja, natürlich. Jetzt ist aber mein Minimi irgendwo anders hingelaufen. Na, dreh dich mal um. Na, hab. Jetzt ist Nils weg. Hält mich wieder auf! Hält mich wieder auf! Hält mich wieder auf! Ähm, mein Minimi ist grad in Henriks Minimi gelaufen und dann kam ne Kugel raus. Die Kugeln kommen von mir. Äh... Ich droppe so... Ich will nicht wissen, was die beiden gemacht haben. Ne, ich mach äh... Mit meinem Talisman noch Thorncraft so Kügelchen. Ab und zu. Das bin ich. Ich lag klar wieder auf. Ja, ich denke, ich werde hier auch mal... Jetzt flieg ich immer nicht mehr. Also ich hab keine Lacks. Ich auch nicht mehr. Aber das Ei gerade eben hat auch geleckt. Das hat ewig lang gebraucht, bis es überhaupt mal fertig war. Also das war schon sehr komisch, dein Ei. Das war eigentlich nicht normal. Also ich baue Blöcke immer noch dreimal ab. Bevor sie mal in mein Inventor kommen. Ja. Vielleicht kannst du hier den Minecraft-Server mal... ...neu starten kurz, dass alles frisch ist. Wieso haben wir hier eigentlich so viele Greatwood-Bäume? Weil ich die gepflanzt habe. Die lässt du bitte auch stehen, weil die sind wenigstens nach Bäume aus. Nein, auch von der Stadt ein bisschen weiter weg sind viele. Bei meinem Turm sind welche halt. So, 1,8 Millionen. So, auf jeden Fall... Nein, hier gibt's keine Song-Requests. Hier gibt's gar keine Musik. Ach, im Stream-Chat. Ich mach keine Song-Requests. Zumindest heute nicht. Weil ich die Aufnahme für YouTube brauche. Auf jeden Fall sag ich dann gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Mitspielen. War sowieso meistens das Klöcheln. Wuhuuu. Jisi. Juhu. Ich mein Stream-End-Knopf. Tschüssi! Tschüssi! Vielen Dank.